Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es Euch gefällt. Mauterndorf hat den höchstgelegenen Schmalspurbahnhof von Österreich. Diese Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Endstation St. André. Viele gehen zum gleichnamigen Gastwirt. Derweil besetzte die Lok um und fährt nun zurück. Eine Woche später fuhr eine schwarze Lok. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Die Bahn heißt heute Taurach-Bahn und fährt nur noch bis St. André. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020